oder du hast 100 schafe die du schächtest und diese schafe werden geschächtet mit werden also erstmal betäubt mit stromschlägen diese tiere sterben eigentlich nicht vom stromschlag der stromschlag ist nicht zum töten gedacht der zum betäuben gedacht es kann aber da tatsächlich passieren dass ein tier mal stirbt kann passieren wie beim menschen ja nie wenn man einem menschen stromschläge bestimmte mit einer bestimmten stärke normalerweise sollte er nicht sterben kann aber sein dass es zu kreislaufschwierigkeiten kommt oder sonst was und es stirbt und du hast jetzt 100 schafe geschächtet und es ist die wahrscheinlichkeit da das 1 oder 23 davon vielleicht tot waren als die geschächtet worden sagen wir jetzt die ganzen 100 schafe auch wegschmeißen wegen dieser eventualität das ist auch wasser das ist wasser übrigens damit man das auch begreift dass mit dem mit der betäubung von tieren durch stromschläge und so weiter das ist noch eine sehr die die situation ist noch nicht so akut wie die die im koran genannt wird weil durch die betäubung ist das tier nicht im sterbe prozess es liegt nicht am sterben erwähnt aber ein fall im koran da ist das tier am sterben es ist aber noch nicht tot es ist am sterben aber wenn man das schächtet bevor es bevor es die an den letzten hauch an leben verliert ist es mal und hat also erwähnt eine ganze menge von verboten tieren die gestürzt sind tiere die durch durch stoß verletzungen sterben tiere die erwürgt werden und dadurch sterben die sind alle verboten weil sie kadava sind dann erwähnt am ende am ende der ganzen beispiele und was von wildtieren raubtieren angegriffen wurde angefressen wurde außer das was ihr davon geschächtet habt die abn abbas und andere mufassilien sagten dieses außer was sie geschächtet habt kehrt zurück zu dem wort und was das raubtier angefressen hat also es ist nicht eine neue neue art von tieren was sie geschächtet haben sondern eine ausnahme von dem was das raubtier angefressen hat das heißt er sagt wenn raubtiere ein tier anfressen und das tier verblutet und du schächtest es bevor es stirbt darfst du es essen ist das eine akutere situation oder ein betäubtes tier das lebt alles funktioniert bei ihm sein herz klopft sein gehirn funktioniert es ist lediglich betäubt und ich schächte es warum soll das verboten sein warum soll das nicht essbar sein es geht nicht um die frage ob man das machen soll oder nicht nur mal so ob das betäuben legal ist oder nicht das ist nicht die frage aber wir reden davon wenn ein tier betäubt wurde und geschächtet wurde ist das halal das fleisch ist halal das fleisch ist halal das fleisch ist halal